Sie haben in den letzten drei Jahren Ihr Bestes gegeben, um Ihr Ziel, Pflegefachfrau, zu erreichen. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen, erst einmal liebe Absolventen, liebe Gäste, zur Examsabschlussfeier des Korses 21-24-A. Der Beruf, den Sie sich jetzt ausgewählt haben, ist wundervoll. Also sehen Sie es alles auch ein bisschen mit Spaß und Freude, denn das soll es sein. Heute bin ich da und darf Euch alle beglückwünschen zu einem bestandenen Examen. Und das ist ein ganz, ganz toller Moment für mich, weil es sind sieben von Euch, die haben gesagt, Ihr wollt da bleiben. Das ist doch erst einmal ein Zeugnis dafür, dass wir einiges halt richtig machen. Erst einmal ganz lieben Dank, dass Ihr auch nochmal Euer Herz hier reinwitmen wollt, Eure Tätigkeit hier ausüben wollt und Eure Zukunft zumindest erst einmal vorausschauend hier verbringen möchtet. Ich wünsche heute einen wunderschönen Tag. Feiert schön, lasst Euch feiern vor allem. Ihr als Familienmitglieder, Angehörige dürft sehr, sehr stolz auf Eure Familienangehörigen einfach sein. Wir haben es endlich geschafft. Drei Jahre Ausbildung sind nun vorbei. Wir sind die letzten acht. Das Schöne an der Sache ist, wir acht haben es auch bis zum Ende geschafft. Wir wissen, wir waren nicht immer einfach und haben vielleicht dem einen oder anderen die Nerven geraubt, Aber trotzdem denke ich, dass wir ein ziemlich lustiger und angenehmer Kurs haben. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020